Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchelar und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Achievement, das wir hier in der Bastion abschließen können. Und zwar schimpft sich dieses Schlachtruf der Aufgestiegenen. Für dieses Achievement müssen wir alle fünf Tempel-Vesper-Glocken in der Bastion läuten, um den Rat der Aufgestiegenen zusammenzurufen. Insgesamt sind es, wie gesagt, fünf Vesper-Glocken. Einmal des Mutes, der Weisheit, der Demut, der Loyalität und der Reinheit. Diese fünf Vesper-Glocken sind hier in der kompletten Bastion verstreut. Ich habe hier über einen Add-on, das schimpft sich Handy-Note Shadowlands, auch schon die Koordinaten hier einmal auf der Map. Wenn ich denn hier unten den Mob der Rat der Aufgestiegenen anklicke, das ist ein Rare, den wir über diese Vesper-Glocken auch beschwören können. Und da gibt es auch einen Mount, habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Aber jetzt gucken wir uns mal nur die Standorte der Vesper-Glocken an und versuchen dann erstmal das jetzt schief mit abzuschließen. Dann fangen wir mal mit der ersten Vesper-Glocke an, und zwar die Vesper-Glocke der Reinheit. Und hierfür sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 63, 72. Dafür müssen wir einfach hier über die Brücke rüberlaufen, dann hier die kleinen Treppen hier hoch. Und hier seht ihr, habt ihr einen Teleporter, wenn ihr die Treppen hochlauft. Da können wir uns nämlich einmal nach oben teleportieren, und das machen wir jetzt mal. Also ihr seht, hier über die Brücke rüber, Teleporter klicken, dann kommt sie hier nach oben. Und hier nach oben müsst ihr jetzt rechts abbiegen, und dort haben wir dann einmal die Vesper-Glocke der Reinheit. Die können wir anklicken, und dann kommt auch hier einmal das Geläute im Chat. Wie gesagt, diese Glocken haben eine Abklingzeit von ein bis zwei Stunden. Wenn die bei euch nicht da sein solltet, dann könnt ihr, wenn ihr einfach nur das Achievement machen wollt, auch dementsprechend ein bisschen Server hoppen, um die zu suchen. Wenn ihr natürlich das Mount beschwören wollt, dann müsst ihr halt warten, bis sie spawnen, oder halt auch eine Gruppe joinen, die dieses Mount farmen möchte. Dann sind wir am zweiten Spot, und zwar bin ich jetzt hier oben auf den Koordinaten 69, 40, am Tempel der Demut. Und wer hätte es gedacht, hier ist auch die Glocke der Demut. Und hier ist auch dann wieder ein Teleporter. Der bringt uns nach oben. Und diesmal müssen wir nicht nach rechts laufen, sondern wir müssen einmal nach links. Und dort haben wir dann die Glocke der Demut. Also hier lang, dann einmal nach links. Und hier ist dann einmal die Vesper-Glocke der Demut. Die klicken wir einmal an. Wir haben dann auch wieder im Chat eine Nachricht. Die Vesper-Glocke der Demut wurde geläutet. Und hier oben auf den Koordinaten 71, 38 ist dann die Glocke. Dann sind wir jetzt am dritten Spot. Und zwar befinden wir uns jetzt hier oben auf den Koordinaten 41, 23. Und wir müssen jetzt einmal hier rüber. Und zwar zur Glocke der Weisheit. Und dazu können wir einmal hier auf den Teleporter klicken. Also hier seht ihr, hier sind wir an dieser Plattform. Dann klicken wir hier einmal auf den Teleporter, dass wir rüberkommen. Es kann übrigens sein, wenn hier die World Quest da ist, dass der Teleporter hier nicht funktioniert. Und dann müsst ihr über die World Quest nach oben. Aber sonst sollte der eigentlich immer hier dort sein. So, dann laufen wir einmal hier hinten rum. Dann haben wir nämlich einen zweiten Teleporter. Und der bringt uns jetzt nach oben. Und hier oben müsste dann unsere dritte Glocke sein. Da habt ihr es schon am Rande einmal gesehen. Wir müssen dann nämlich wieder einmal rechts rumlaufen. Also hier hoch. Dann einmal hier rüber. Und dort haben wir dann die Vesperglocke der Weisheit. Die drücken wir. Und ihr seht, auch bei dieser Vesperglocke kommt dann hier so eine Nachricht im Chat. Wir gucken jetzt nochmal auf die Map. Hier haben wir einmal die Koordinaten 39, 20. Dort ist die Glocke. Dann sind wir jetzt am vierten Spot. Und zwar schauen wir jetzt einmal auf die Map. Wir sind hier oben bei diesem größeren Platz auf den Koordinaten 32, 21. Und hier müsst ihr einfach durch das Gebäude durchlaufen. Und hier seht ihr schon die vierte Vesperglocke. Joyalität heißt die. Also Vesperglocke der Joyalität. Und die klicken wir jetzt einmal an. Nummer vier. Auch fürs Achievement einmal abgehakt. Und auch hier haben wir wieder im Chat, dass die Vesperglocke der Loyalität geläutet wurde. Dann kommen wir zur letzten Vesperglocke. Und zwar der Vesperglocke des Mutes. Und wir befinden uns einmal hier auf den Koordinaten 39, 55. Hier nicht geradeaus zum Instanzeingang, sondern hier die Treppen runter. Und dann haben wir hier unten einen Teleport. Und zwar müssen wir hier rüber. Und da haben wir ja den Tempel des Mutes. Der wurde ja zerstört und ist jetzt die Instanz. Und hier müssen wir ein bisschen tricksen. Und dann, ihr seht schon, wenn ich hier reinlaufe, ich bin im anderen Phasing. Wenn ihr teilweise nicht gequestet habt, kann es sein, dass ihr einen Haufen Mobs hier habt. So. In dem Phasing, wo ich bin, wo ich hier tutti komplett alles durchgequestet habe, habe ich das Problem, wenn ich hier hochlaufe, dass hier eine Mauer ist. Und zwar müssen wir nämlich da oben die Glocke anklicken. Seht ihr, Vesperglocke des Mutes. Wir kommen hier nicht hoch. Keine Ahnung, warum. Es ist ein bisschen blöd gefacet und Blizzard verhindert, dass wir da hinkommen. Nein, liegt vielleicht auch daran, dass später die Kyrian hier einen Rare Mob beschwören können. Und ich glaube, da sollen nur die hinkommen. Vielleicht ist das auch deswegen. Wir können das aber austricksen, indem wir hier hochlaufen. Lassen wir mal die Gruppe angemeldet. Hier hin. Dann hier hinspringen. Ihr seht, ich bin einmal jetzt hier geblockt. Kann hier nicht rein. Lauf hier ganz nach oben. Und jetzt komme ich rum, da wo die unsichtbare Wand ist. Und jetzt kann ich hier zu der Vesperglocke des Mutes gehen. Ich mache nochmal die Map auf. Also hier oben sind wir bei den Koordinaten 33, 59. Wo müssen wir jetzt rum? Wir müssen einmal hier unten hin. Da haben wir den Port. Wer nach oben geportet. Gehen hier hin. Können dann hier vorbeiskippen. Hier hinspringen. Hier rumlaufen. Und da haben wir dann einmal die Glocke. Die drücken wir jetzt. Und dann haben wir auch alle Glocken aktiviert. Haben dementsprechend hier das Achievement. Schlachtruf der Aufgestiegenen abgeschlossen. Und dementsprechend sind wir hier durch. Ich lief jetzt mal der Gruppe. Das habe ich nur gemacht, um hier euch die Glocken zeigen zu können. Dementsprechend haben wir jetzt alle Glocken geklickt. Achievement eingeheimst. Und wenn ihr das Ganze fürs Mount machen wollt, wie gesagt, dann könnt ihr nicht hoppen. Sondern müsst ihr das halt dementsprechend auf euren Server machen. Beziehungsweise halt auf einem Server, dass ihr den Rat beschwört. Da braucht ihr dann aber sowieso Leute, die die verschiedenen Glocken relativ zeitgleich drücken. Gut, für das Achievement reicht aber, wenn wir auch ein bisschen Server hoppen. Und dementsprechend die Glocken dann auch auf verschiedenen Servern aktivieren. Hauptsache wir haben alle. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Soll das der Fall sein. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.